und peace und hier sind wir wieder weiter geht es mit unserem quidditch fällt und zwar machen wir heute wie schon gesagt habe machen wir heute die die türme sind heute dran die machen wir heute ich werde aber nur zwei stück zeigen hier zwei stück ein den in der kurve zeige ich euch und hier ein so der so gerade ist das werde ich euch einmal zeigen hier an den beiden und dann geht das einmal so rum immer dasselbe prinzip wieder natürlich mit den entsprechenden farbchen genau so ich fange jetzt einfach mal an und zeige euch die beiden hier einmal den hellgrün und den weißen so den zeige ich wäre mir hier einmal diese sechserfläche sind ja jetzt hier sechs die die wir auf drei gezogen haben die kacheln hier diese drei mal drei kacheln haben wir ja hier dreimal das ist ja immer der turm und dann haben wir ja hier fünf stück wo dann die tribüne ist so na das zeige ich euch jetzt mal so wir gehen einmal hier nach unten wo der ganze spaß ist und dann haben wir ja hier den weißen so und da hängen wir einfach zwei stück dran dass wir dann mit dem ersten hier auch wieder so ein dreimal drei fehlt haben dann nehmen wir einfach den grünen des hellgrün machen hier drei stück und gehen hier wieder zwei um die ecke dass wir drei haben nur so ist das halt aufgebaut sondern machen wir das jetzt hier mit dem weißen auch so und dann schließen wir hier zwei mal wieder mit dem grün an und ja den sieht man jetzt nicht mehr aber es ist ja auch eine drei mal drei fläche dann ja so und so ziehen wir das jetzt hier erstmal hoch auf diese dreier kachel höhe sage ich jetzt einfach mal dazu nein so nicht der gar jetzt geht auch auf den hellgrün jungen das war es bissoffen oder was alter so so ziehen wir das jetzt einmal erstmal hier eben hoch so zeige ich euch das mal so ist dann der an die also die türme auf der geraden strecke sind sie halt so aufgebaut nur so sieht das dann aus immer drei mal drei so und dann zeige ich euch jetzt hier in der kurve es ist eigentlich ist das hier in der kurve genau dasselbe prinzip wie das was wir hier an der geraden strecke gemacht haben das ist eigentlich hier ist das genau dasselbe prinzip so dann gehen wir jetzt mal hier runter aber hier den wo ist er da den orangenen sondern jetzt mal hier zwei so diagonal dahinter nehmen wir uns den roten da kommt machen das auch hier drei mal und gehen dann zwei so dass das so aussieht also das machen wir jetzt auch wieder ist wie gesagt genau dass selbe nach komm her jetzt hier dasselbe prinzip wie an der geraden strecke halt nur hier alles diagonal dass sie das so aus fällt jetzt natürlich ein bisschen größer aus weil das halt alles diagonal ist aber vom prinzip her ist das genau dasselbe wie hier die auf der geraden strecke so den ziehen wir jetzt auch erst mal eben auf die höhe so flitsch 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 na jetzt kommt doch ran hier auf wieder so einmal rum hier den salat so na jetzt was jetzt so weit weg oder was junger ich geb dir gleich so so katastrophe ja so so dann sieht das so aus ist halt genau dasselbe prinzip drei mal drei genau dasselbe prinzip wie hier nur hier fällt halt ein bisschen größer aus weil es halt diagonal ist und nicht so wie hier einfach gerade aber so ist das aufgebaut hier auf der geraden seite und hier in der kurve also geht das dann einmal rum immer genau dasselbe prinzip so und dann ziehen wir das natürlich jetzt erstmal auf eine entsprechende höhe alles so und zwar halten wir uns da jetzt wieder an dieses kachelmuster was wir hier haben dieses 3 mal 3 diese kacheln da haben wir jetzt hier 1 2 3 stück so und wir ziehen das auf 10 nur dass wir zehn mal hier diese kachel haben wenn wir das jetzt so kann ich euch ja mal hier zeigen wo ich das schon fertig habe dann zählen wir immer dieses 3 mal 3 fällt dann haben wir hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und 10 immer im wechsel 10 mal diese 3 mal 3 kacheln so werden wir das jetzt hier so machen ich hatte das eben und dann zeige ich euch da oben den resten also so ziehen wir das jetzt immer auf diese kacheln wie gesagt wie ich euch das gerade gesagt habe einmal auf 10 und dann zeige ich euch gleich den nächsten schritt so jetzt haben wir das einmal auf diese 10 hochgezogen hier auf diese 10 kacheln wie ich euch das ja vorhin gezeigt habe da haben wir das jetzt hier einmal hochgezogen bei den beiden türen hier so jetzt geht es folgendermaßen los also jetzt muss ich erstmal gucken wir brauchen rot orange hellgrün und weiß das heißt der der und der kann erst mal raus das sind jetzt die blöcke die wir aktuell benötigen so dann brauchen wir einmal den eichenholzzaun treppe und die bretter jetzt muss ich noch mal eben hier was rauskramen sind das kackglas da wir brauchen nämlich noch mal rotes glas und weißes glas hier ist das orangene glas dann brauchen wir das hellgrüne herrlich nennsteck so von den blöcken die wir jetzt hier haben den roten beton den orangen den weißen und den hellgrünen einmal die glasfarben so und ich nehme mir dann jetzt erstmal weiß und hellgrün dann zeige ich euch nämlich als erstes den geraden turm so das machen wir jetzt folgendermaßen so wir fangen an mit hellgrün und wir haben jetzt hier das ist jetzt die zehnte kachel so da fangen wir jetzt an das ist jetzt genau dasselbe prinzip nur dass wir da jetzt eine abstufung rein machen nur so hier hinten knallen wir dann kommt noch an jetzt hier so einmal den weißen drauf und dann mit dem hellgrün geht das dann hier weiter dass das so aussieht also das machen wir jetzt auch eben schnell auf der anderen seite so und so und so dann sieht das so einmal aus das ganze und so hier hinten die wand die machen wir einfach zu natürlich in den entsprechenden wechseln also mit den richtigen farben natürlich so so und dann geht es jetzt weiter fangen wir jetzt hier an bei dem hellgrün also mit weiß gehen wir hier einmal so drauf also quasi das was wir jetzt hier gemacht haben nur einmal umgedreht jetzt so und dann hier wieder eine kachel drauf und dann hier wieder die stufe dann sieht das so aus so auf der anderen seite machen wir das jetzt auch natürlich mit hellgrün so und dann hier mit weiß die kachel drauf dann hier mit grün wieder die abstufen wollen so und die wand hier hinten natürlich dann jetzt auch wieder in den entsprechenden farben einmal da komm ran einmal zu machen so jetzt nicht doch so so und dann machen wir hier einfach einen deckel drauf natürlich sind das dann auch dreimal drei felder so einfach den deckel drauf so und dann und dann und dann und dann und dann ja kann ich euch schon mal zeigen wie das hier oben jetzt weitergeht so da fangen wir an mit hellgrün machen wir hier einen zweier hin so das machen wir hier bei weiß auch so so und so und dann machen wir das auf eine höhe von zwei also dann haben wir hier zwei mal zwei so und dann machen wir das noch mal mit eins so so und so dann sieht das so jetzt oben erst mal aus ja dann können wir auch schon die farbe die die farbe genau die fahne machen da schnappen uns jetzt den eichenholzzaun und wenn wir dann von vorne gucken wo denn hier die tribüne drin ist die man hier oben hin und den hinten rechts hier in die ecke machen wir 1 2 3 4 stück drauf so und dann fangen wir an wir machen unten weiß und oben das hellgrün genau so und dann gehen wir hier zu der seite 2 hier ein und dann zwei wieder so zurück machen hier dann das hellgrün drauf dann ist das so eine fahne so jetzt gehen wir hier rein ja man kann hier die ganze das ist halt schon nebenan ich muss ja auch ein bisschen gucken hier ne so jetzt nehmen wir uns den eichenholzzaun und machen hier zwischen den ja ich sage jetzt einfach mal treppen dazu hier dieser zweier der hier entstanden ist so hier machen wir jetzt einmal den eichenholzzaun hin und von der decke aus lassen wir einen frei knallen dann da auch noch mal den eichenholzzaun hin so dann gehen wir zur tribüne nehmen wir erstmal hier einen block noch rein genau einen block noch rein so und dann nehmen wir uns das glas hier bei dem weiß kommt das hellgrüne glas drauf und bei dem hellgrün kommt das weiße glas drauf dass wir hier genau so einen wechsel haben wie bei den blöcken was machen wir hier oben mit dem glas auch einfach so und dann knallen wir uns hier einmal die sitze rein sind dann so drei rein 1 2 3 und von der dritten lassen wir hier einen frei und hier machen wir dann einfach das einmal über kopf dann sieht das so aus so pitch das ist der turm wieder immer aufgebaut wird bei den geraden und jetzt zeige ich euch noch hier den hier in der kurve das ist dasselbe prinzip nur ein bisschen ja ein bisschen nach so ein bisschen so machen wir das hier auch genau so wie wir das bei den geraden gemacht haben warum fällt er jetzt runter und altersschwäche erkrankt junge so haben wir hier dasselbe muster halt nur diagonal ne so machen wir jetzt hier auf der anderen seite auch so 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 und hier dann wieder das treppchen einmal rein so und hier dann natürlich wieder in den entsprechenden farben in den entsprechenden farben wie wir das ja bei dem geraden vorhin auch schon hatten einfach hier zu so und jetzt kommt genau dasselbe genau dasselbe wieder ne so das heißt wir gehen jetzt hier mit dem orangenen hin gehen wir hier ein drauf dann gehen wir noch ein höher und setzen den da drauf und dann haben wir hier den dreier das ist ja dann natürlich versetzt machen wir hier mit rot oder so eine dreimal drei kachel drauf und dann gehen wir hier vor das heißt wir haben hier ein jetzt zwei und hier dann der dritte dann ist das genauso aufgebaut halt nur diagonal sieht hier halt ein bisschen anders aus aber es ist genauso aufgebaut so auf der anderen seite natürlich was mache ich denn hier natürlich ist es auf der anderen seite genauso so so hier machen wir dann mit orange die dreimal drei kachel so und dann haben wir das hier einmal so hinten jetzt die wand natürlich kennt es einmal wieder zu machen so hier auch so und dann machen wir jetzt folgendermaßen wir gehen erstmal hin hier ganz vorne an den orangenen hängen hier noch zwei stück dran dass wir drei haben also das machen wir hier auf der anderen seite beim roten auch dann sieht das erstmal genau so ähm dann sieht das einmal so aus genau und dann machen wir jetzt folgendermaßen wir machen hier auch so wir versuchen es zumindestens hier so pit ja in dem Sinne jetzt hier so eine drei mal drei kachel in diagonal ne das machen wir hier einmal auf dem dach so teilen wir das jetzt erstmal ein so und hier auch und hier natürlich auch so dann sieht das so aus das ganze ne schon wieder an alter schwäche erkrankt so ne dann machen wir hier die felder einmal zu von innen so ne ne dann sieht das so einmal aus so und dann nehmen wir uns wenn wir jetzt so gucken wo hier die tribüne ist ne dann gehen wir jetzt hier an diese hier machen die hier mit rot ne so und den hier der jetzt hier noch so durch geht den machen wir komplett mit orange so flitsch ne dann sieht das so aus so 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 einmal kurz kratzen ähm und dann war das äh 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 genau so dann ist das ja jetzt so quasi dass dieser hier ist ja jetzt so die Mitte ne so und dann machen wir das jetzt folgendermaßen so dann gehen wir da jetzt drum herum das heißt wir machen hier einen orangenen hier einen roten hier orange und hier wieder rot ne so den können wir jetzt hier mit orange wieder zumachen so dann sieht das so aus und dann sind hier ist genau dasselbe wie bei dem geraden diese 2x2 felder nur dass die hier halt jetzt diagonal sind ne aber es ist genauso wie da nur halt ein bisschen ein bisschen anders halt alles weil der turm ja halt diagonal aufgebaut ist ne aber hier machen wir das auch so dass das dann auf eine höhe von äh 2 geht so ne und auch mit diesem einer ne ist hier genau dasselbe ne dann machen wir hier 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 und hier ne dann sieht das einmal so aus so und jetzt könnt ihr euch aussuchen quasi welche farbe machen wir da in die mitte ne ich also könnt ihr jetzt auch suchen ob ihr das mit rot oder mit orange macht ne ich mach das jetzt mit orange so und dann haben wir ja hier diese mitte wo wir dann hier 1 2 3 4 mal den zaun drauf machen so und dann geht die fahne in diese richtung das heißt so so dann fangen wir an dann haben wir unten orange und oben rot ne und dann ist das genau so aufgebaut da bam 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 ich muss kurz ich glaube auf der richtung gehen wir 2 dann gehen wir einen so und dann gehen wir 2 so wieder zurück genau und dann ja nee klar setzt ja den zaun drauf ist klar so ach so na dann geht das jetzt genau genau dann geht das richtung diese zwei türme ne so dann haben wir jetzt das ganze spiel da oben schon mal fertig und jetzt geht es erst richtig los jetzt müssen wir da rein so dafür schnappen wir uns jetzt auch mal auch erstmal das andere glas ne wir brauchen jetzt das rot und das orange so dann machen wir das hier natürlich genauso ne hier wo jetzt dieser zweier entstanden ist einmal den zaun rein so und hier machen wir das auch von der decke lassen wir einen frei und dann knallen wir hier komplett so da komm doch jetzt und so und dann gehen wir da und da nochmal ein hin und dann sieht das ganze so einmal aus so und hier unten ist jetzt eigentlich ja es ist eigentlich ist das scheißegal weil das sieht man am ende eh nicht wie wie man das jetzt zu macht man könnte das jetzt genau so machen wie oben aber man sieht das eh nicht das einzige was man machen kann ist weil das dass man das bei den ersten zwei feldern macht dass man die hier so zu kloppt mit den farben die man dann auch sieht weil da ja wieder das glaschen kommt dann kann man das jetzt so ruhig zu machen so aber hier hinten der rest das ist eigentlich ist das jetzt scheißegal ob wir das in orange oder in rot machen das ist das ist so gurke das ist kackegal weil das sieht das sieht man am ende eh nicht ja so wir fangen jetzt erstmal an hier bei dem orange machen wir natürlich das rote glas einmal so rüber und bei dem roten machen wir einmal so das orangen drüber ja da sieht man ja mal super unterschied ne super naja aber ihr wisst ne hier bei dem orange das rote und ne so so dann schnappen wir uns die treppe mal wieder und fangen jetzt genau hier an dass wir das genau jetzt muss ich gucken so so und genau so dass wir das so einmal ziehen dass wir hier immer eine fläche frei haben zum glas ne wie wir das hier auch gemacht haben ne hier beim geraden haben wir ja hier auch eine fläche also hier ist ja das glas dann haben wir eine fläche frei und dann kommt ja die tribüne hier machen wir das auch so haben wir hier glas eine fläche frei und dann kommt die tribüne und das sind hier dann natürlich auch drei reihen das ist genau vom prinzip her gleich aufgebaut nur dass das alles diagonal ist neue sprache erfunden zwei dann machen wir hier noch einen dritten einmal dran so 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 und so dann haben wir jetzt hier drei reihen gemacht und hier oben das was noch frei ist dann nehmen wir uns einfach den block davon den eichenholz und knallen das einfach zu so und dann ach genau haben wir noch diese das einmal umgedreht das machen wir hier natürlich auch lassen wir hier ein frei von dem block so und ziehen das dann einfach hier so lang so und flutsch so und so ist er dann aufgebaut in der kurve und so sind dann alle anderen türme auch aufgebaut von der höhe her alles gleich oben was ich euch gezeigt habe einmal komplett rum so genau so viel dazu so jetzt kommen wir noch zu einer kleinen fehlerbehebung meinerseits natürlich und zwar hier wo wir diese drei drei türme in schwarz weiß gemacht haben das sind keine drei das sind nur zwei der der hier ist an dem grün weiß der muss auch grün weiß aufgebaut sein weil dann haben wir nämlich von jedem Haus fünf türme ja da müssen wir das hier auch machen so hier muss ich das einmal vernichten das war ein Fehler meinerseits da habe ich es mir eben aufgefallen als ich hier die türme schon vorbereitet habe von von jeder Sorte sage ich jetzt mal gibt es fünf nur hier von dem hellgrün und weiß hatte ich nur vier und dann dachte ich mir so hä wo ist der problem und dann war hier der problem so das heißt hier ist das dann so das ist hier na komm Dega das ist hier auch noch ein hellgrün weißer Turm so na haben wir hier dann auch so einen hellgrün weißen Turm so den werde ich jetzt aber nicht ganz bauen ich werde mir den hier nur unten einmal vorbereiten so so ne ja oder doch komm dann machen wir das auch mal schnell ne ist ja hier wie gesagt das Prinzip kennen wir ja schon ne einmal hier ran das war nur ein Fehler den ich hier hatte na eben jetzt als ich die Türme schon mal ein bisschen vorbereitet habe ist mir das halt aufgefallen dass ich hier von dem Haus nur vier Türme hatte aber von allen anderen fünf wunderbar dann haben wir das jetzt auch ne dann haben wir hier eins zwei drei vier und fünf genau jetzt geht's auf so ja das ist mit dem weiß da ne das ist jetzt Katastrophe was ist denn da kaputt ne ja da werde ich mich gleich nochmal ansetzen das ist das werde ich gleich nochmal verbessern ne vielleicht mit den Farben einfach andersrum anfangen und dann sollte das eigentlich passen dann werde ich die Türme wahrscheinlich hinten nochmal machen müssen aber ist ja erstmal egal wenn das bei euch auch so ist ne dann einfach ändern ne hier das wo jetzt das weiße hier sich so ineinander verläuft das darf nicht sein das heißt der muss dann schwarz sein das heißt die einmal abreißen die Wand und dann die Farben einfach tauschen das heißt mit dem weiß dann unten anfangen und dann schwarz das schwarz dann oben und dann einmal hier lang ne ich muss dann dementsprechend die Türme dann noch anpassen ne aber bei jedem der das jetzt halt bei wenn das bei euch auch so ist ne dass das so ineinander läuft das darf nicht sein ne das muss immer so ein Kachelwechsel sein ne das heißt dann ändern bei denjenigen bei denen das nicht so ist die haben halt Glück gehabt ne aber ne und dann wärs das jetzt auch erstmal so weit für heute mit unserem Quidditchfeld es geht fleißig voran ne ich hab euch hier die Türme gezeigt ne ich muss das dann natürlich auch noch alles machen aber ja weiß ich nicht ich glaub bis zur nächsten Folge werd ich das noch nicht so ganz fertig haben weil ich muss ja hier drinnen vorbereiten weil wir ja als nächstes das Spielfeld machen ne aber genau dann sollte das jetzt erstmal soweit gewesen sein für den Teil dann würde ich an der Stelle sagen war's das dann noch erstmal wieder für heute ja ich hoffe es gefällt euch ne hier unser Quidditchfeld das wird langsam und ja dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und haut da rein dann 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 dann